Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Marsch. Wir werden jetzt mal hier weiter aufsehen mit dem Gotentraktor. Unsere Aussaat, Feldnummer 13. Wie man so sieht, ist er jetzt kurz mit dem Ganzen links. Wir werden sehen, dass er leicht in die Mitte geht. Aktuellen Wehpunkt. Ja, hat es richtig gemacht. Nur leider hätte ich erst zurückfahren müssen noch ein Stück. Er fährt weiter rechts. Beziehungsweise, ja. Ja, er fährt weiter rechts. Jetzt fahren wir von der Ecke an. Jetzt haben wir Verluste. Hups, da muss es sein. Macht nichts. Hey, man sieht, er fährt genau in der Mitte vom Traktor. Und der Rannes-Haktor hat genau links. Gut. Kann er mal arbeiten und hat noch so 18 kmh. Er ist dafür ausgelegt. Heu sieht auch schon mal ganz gut aus. Also ich verstehe, warum man jetzt querfährt vor Hochkant. Ich versuche die Arbeitsbreite. So, haben wir halt noch Verkauf starten. Müssen wir nur gucken hier. Das ist ein anderer Modus. Wir müssen hier machen. Durchlauf wird deaktiviert. Weizen haben wir nicht. Wir werden ja... Sand auch nicht. Gieß auch nicht. Eine richtige Liste. Wir brauchen Hirse. Das heißt... Fängt schon mal ganz gut an. Das klappt schon mal. Hauptsache auch im zweiten Jahr. Das scheint zu funktionieren. Entschuldigung. Wir müssen mal kurz schauen, wie weit er jetzt hier ist. Naja, schon halb leer. Mehr als halb leer. Wir müssen mal ganz kurz schauen. Wachstum. Unkaut. Unkaut macht er gerade den letzten Rest. Okay. Dann ist er auch fertig. Ich brauche noch ein bisschen. Wir brauchen ein Gerät. Die Erzart klappt auch. Ist fast fertig. Aber noch nicht fertig. Wir haben mit dem Grün wohl die eigentlich nicht fahren. Mit dem Grün. vor gas die kurve meistert hier konzern zum balken wahnsinn ok naja gut eingefahren hat und klatscht ja auch nicht das nicht so weit doch oder wie verkaufen denn macht ja nur ärger die verkaufen fahren wir zum shop mit kabel 9 gleichwertigen mit derselben leistung das muss nur das gewicht vorhaben nehmen das können wir nicht machen dürfte letzte wirst du bereichen dürfte sollte müsste schauen wir mal wir werden in der ecke starten gleich jetzt machen wir mal einen kurs löschen dann ja genau kurs generieren gespannt wie er das brennt kann sogar sein dass wir es einmal macht ja gar nicht bei der hunde musste ich immer den kurs laden sieht man auf was ich eingefahren habe das ist äh das sind zwei felder hat bestimmt 20 und 30 und 33 und 3 bin ich ganz sicher was ich da gemacht habe so und jetzt können wir das auch berechnen oder nicht oder nicht vor und links anfangen und eine andere Ecke und eine andere Ecke und eine andere Ecke dann gehen wir erstmal auf den Kollegen dann schwappen wir erstmal hoch Da kann teilweise mehr drin sein oder Lager schon leer. Tja, ich schwöre leer Lager. Das war doch so voll. Jetzt holen wir mal einen Schwatter holen und gehen mal Schwachlegen hier. Das Heu dann ins Lager fahren können. Müssen. Von nichts kommt nichts. Auch ein Heu für Mischwatter. Spätestens. Naja. Da haben wir viel Frauenfutter. Steht fest. Lohnzahlung. Das Lügen ist fertig. Ach so, die Aussage. Ja. Das war jetzt... Mähen. Mähen. Mähen nehmen. Mähen nehmen. Mähen nehmen. Mähen nehmen. Heu werden. Den können wir nicht nehmen. Das ist eine andere Arbeitsbreite. Mähen nehmen. Aber wir schauen mal, dass wir das gleich erledigt kriegen. nicht. Mähen nehmen. Mähen nehmen. so abfahren wir sind gelten und brauchen vorweg ist weg die wollten verkaufen warum länger nicht der hat man alleine ist ja nicht groß hier werden wir so später was bauen für so einen kleinen felder muss man eher eine kleine maschine haben aber mal sehen lohnt sich aktuell nicht wir müssen sparen für das silo für das silage und spätestens wenn es der mais ernte reif ist brauchen wir das zeit kann man nicht erkennen 3,4,6 100 so ich hätte den reifen nichts gutes wie gesagt in einem kleinen felder ist immer ungünstig bei der postmaschine mit nase muss ich nachschauen 3 vorgewände gemacht dafür wäre das vater gewesen da muss ich andere mal nicht mehr fahren muss sonst wäre das nicht so gewesen so schauen wir mal ganz kurz da ist ein pfeil und da ist er die kurve netter gekriegt hier so müssen wir nicht so weit gefahren nö herstellen und na egal dann muss man so nacharbeiten die Ecken hier klappt auch ganz gut schönes Heu schönes Heu schönes Heu schönes Heu schönes Heu schönes Heu machen wir uns auch weiter Verkaufskurs da klappt auch oder wie eigentlich so soll hier fertig werden und erledigt haben schafft man nicht mehr der heutigen folge das soll es heute gewesen sein ich danke ich danke mal schon fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen würde mich freuen über ein like oder ein abo danke schön würde mich freuen wenn ihr mal wieder reinschaltet lasst gerne einen kommentar da wünsche anregungen kritik alles gern gesehen dann seid mal schüß und winke winke und hoffen bald wiedersehen